Wie gesagt, ich begrüße Sie ganz herzlich hier heute zum Webinar Einführung in die Trader Workstation. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich begrüße Sie natürlich auch ganz herzlich im Namen von FX Flat. Wir würden heute Abend zusammen einmal, ich sag mal, ein paar Grundlagen besprechen, was es im Bereich nach der Eröffnung eines Kontos bei FX Flat zu tun gibt. Wir fangen ganz vorne an bei der Eröffnungs-E-Mail, die Sie von uns erhalten und gehen dann nach und nach die Schritte durch, bis wir in der Kontoverwaltung angekommen sind. Dann sprechen wir ein bisschen über die Kontoverwaltung, was man wo machen kann, wie beantrage ich eine Berechtigung, wie beantrage ich Marktdaten und auch wie kriege ich mein Paper Trading Konto zum Laufen. Wenn das alles fertig ist, springen wir einmal rüber in die Plattform, in die TWS und dann zeige ich Ihnen ein paar Grundzüge tatsächlich, wie suche ich mein Produkt raus, wie gebe ich eine Order ein, Stop-Loss-Tag-Profit beifügen und gegebenenfalls noch, wie ich meine Order-Voreinstellungen anpassen kann, sodass ich nicht jedes Mal meine Einstellung wieder neu tätigen muss. Ja, gut, bevor ich anfange, ganz wichtig, wir springen einmal rüber zum Risikohinweis. Auch hier, das Ganze dient nur zu Schulungszwecken und auch, falls ich später einen Test-Trade mache, um Ihnen zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, das ist natürlich keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Sie müssen im Endeffekt Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Sollten Sie das Konto bei uns eröffnet haben, wird bei Ihnen eine E-Mail eintreffen. Ja, darin finden Sie zwei Sachen, ganz wichtig. Sie kriegen einmal Ihre U-Kontonummer und Sie kriegen den Benutzernamen. Ja, das ist ganz wichtig. Benutzernamen brauchen Sie später zum Login. Sie kriegen eine zweite E-Mail. Darin ist Ihr temporäres Passwort. Ja, wenn Sie das haben, müssen Sie sich zunächst mit dem Login, Benutzernamen und Passwort einmal in die Kontoverwaltung einloggen. Bevor Sie sich in die TWS einloggen, sollten Sie versuchen, sich in die TWS einzuloggen, wird die TWS sofort streiken und sagen, der Login ist nicht möglich. Bitte loggen Sie sich in die Kontoverwaltung ein. Die Kontoverwaltung ist ganz leicht zu finden. Auf unserer Website oben rechts gibt es so ein schönes Pfeilchen in einem, ich nenne es mal Rechteck. Ja, wenn Sie da draufklicken, können Sie den Button TWS Kontoverwaltung anklicken und Sie werden auch direkt weitergeleitet zum Kleinportal. Dort finden Sie die Möglichkeit, Ihr Erstpasswort mit Ihrem Benutzernamen einzugeben und dieses müssen Sie dementsprechend ändern. Ja, also zunächst wirklich das erste Passwort eingeben. Danach wählen Sie sich ein neues Passwort aus. Das muss den Anforderungen von IB entsprechen. Ja, also darf nicht mit dem Benutzernamen übereinstimmen. 48 Zeichen, ein Buchstaben, eine Zahl und dann ist das Ganze auch schon durch. Sollte bei diesem Schritt etwas mit Ihrem Erstpasswort nicht funktionieren. Ja, also Sie haben es wirklich versucht, haben Ihr Passwort, das temporäre Passwort mehrfach eingegeben und das Programm zeigt Ihnen an, ja, Invalid Combination oder Invalid Password. Dann kommen Sie am besten auf uns zu, auf den Kundenservice von FX Flat, geben uns Bescheid und dann schauen wir uns das einmal zusammen an. Aber im Regelfall sollte es kein Problem sein, dass Sie da durchkommen. Ja, so. Gut, wenn Sie das Passwort angepasst haben, bekommen Sie eine E-Mail, ja, an die E-Mail-Adresse, die Sie bei uns hinterlegt haben, im Kontoantrag. Ja, ähm, an diese E-Mail-Adresse kommt dann diese Mail. Da steht dann in der Mitte ein Token zur Confirmation drin. Ja, also ein Bestätigungstoken, was Sie dann wiederum auf der Website eingeben müssen, damit Sie, ich sag mal, die nächsten Schritte tätigen können. Ja, das Passwort ist dann in dem Moment aktualisiert, wo Sie es eingeben. Sie sehen es weiter unten, die Meldung Passwort wurde aktualisiert. Dann sind Sie durch mit dem Passwort und im nächsten Schritt kommen Sie zu den Sicherheitsfragen. Bei den Sicherheitsfragen ist es ganz wichtig, diese Sicherheitsfragen sind die Sicherheitsfragen von IB, von Interactive Brokers. Ja, Sie haben im Kontoantrag bei uns Sicherheitsfragen angegeben und müssen jetzt hier nochmal Sicherheitsfragen hinterlegen. Diese Sicherheitsfragen dienen dazu, wenn Sie später eventuell direkten Kontakt mit Interactive Brokers haben, sei es eine Positionsschließung oder dergleichen. Ja, das können ja nicht wir vom Team von FXFlat mit Ihnen machen, sondern das muss direkt mit Interactive Brokers getätigt werden am Telefon. Und die werden Sie dort mit diesen Fragen legitimieren. Die Fragen, die Sie bei uns angegeben haben im Kontoantrag, dienen dazu, dass wir Sie am Telefon legitimieren können und mit Ihnen über kontointerne Informationen sprechen können. Ja. Wie gesagt, da können Sie natürlich auch die gleichen nehmen, wie Sie bei uns im Antrag genommen haben. Das ist Ihnen freigestellt. Wenn das fertig ist, ist das Konto fertig erstellt und Sie müssen einmal komplett Ihre getätigten Angaben einmal prüfen. Das heißt, alle Informationen, die Sie im Kontantrag angegeben haben bei uns, sind jetzt noch einmal aufgeführt. Einmal durchprüfen von den Profilinformationen über Anschrift, finanzielle Situation, Handelserfahrung und den ganzen PDF-Dokumenten einmal durchschauen, das Ganze mit der Unterschrift akzeptieren und dann sind Sie auch schon durch. Ja. Im nächsten Schritt, sobald Sie es bestätigt haben, wird dieses Fensterchen aufploppen, eingeschränkter Handel. Ja, ganz klar, Ihr Konto ist neu auf, das Konto muss kapitalisiert werden. Ja. Da können Sie dann hingehen und sagen, ich möchte Guthaben übertragen. Ja, also ich möchte eine Einzahlungsnotiz erstellen oder ich möchte einen Positionsübertrag beziehungsweise einen Depotübertrag anstoßen. Wie das Ganze im Detail funktioniert, schauen wir uns später an, wenn ich mich einmal in die Kontoverwaltung einlogge und Ihnen das direkt im Browser noch einmal näher darstellen kann. So. Das Konto ist jetzt auf. Als nächstes müssten Sie eine Zwei-Faktor-Identifizierung hinterlegen. Ja, Sie werden die nächsten Logins in die Kontoverwaltung oder in die TWS auch ohne Zwei-Faktor-Identifizierung hinbekommen. Ja, also das heißt, es wird funktionieren, aber nach einigen Logins wird in der Kontoverwaltung die Meldung kommen, Zwei-Faktor-Identifizierung hinterlegen, sonst kommen Sie nicht mehr rein. Ja, das ist ganz wichtig. So. Wir haben das jetzt einmal für Sie vorbereitet, dass Sie genau sehen können, wie richtig das mit der App ein. Ja, also es gibt neben der App noch die Möglichkeit, ich sag mal, die altmodische Methode zu nutzen. Früher gab es von IB wie so kleine Kärtchen im Visitenkarten-Format. Da waren so TAN-Nummern draufgeschrieben. Die konnten Sie dann beim Login, wurde dann eine abgefragt und Sie mussten sie dort eingeben. Das gibt es in dieser Form nicht mehr bei Interactive Brokers. Es besteht noch die Möglichkeit, sich so ein Dokument zu erzeugen. Ja, aber das ist immer nur eine begrenzte Laufzeit gültig. Und wenn dieses Dokument ausläuft, müssten Sie uns kontaktieren und wir müssen für Sie ein neues Passwort beantragen, damit Sie sich einloggen können. Ja, und wieder diesen Zettel neu erzeugen können. Deshalb einmal hier eine Anleitung, wie man sein Handy als Sicherheitsgerät hinterlegt und dann auch zukünftig über sein Handy dann die Benachrichtigungen bekommt. Ganz praktisch ist es natürlich, wenn Sie ein Handy haben, was einen Fingerabdrucksensor hat, dann werden Sie eine Benachrichtigung bekommen, wenn Sie sich einloggen. Einmal den Fingerabdruck draufhalten, abnehmen und Sie werden sofort in die TWS oder in die Kontoverwaltung am Rechner eingeloggt. Das ist ganz simpel. So, als kurzer Ablauf dazu. Wir gehen von links nach rechts. Sie können sich die FX Flat Mobile App runterladen. Die gibt es sowohl im Play Store als auch im App Store. Ja, also für Android Handys und auch für iOS. Soweit Sie es runtergeladen haben und öffnen, werden Sie das zweite Bild sehen. Zwei-Faktor-Registrierung oder den Button Handeln. Ja, wir gehen dann natürlich über die Zwei-Faktor-Registrierung und müssen dann einen Benutzer aktivieren. Ja, über den Button Weiter müssen Sie sich dann mit Ihren Konto Logins, die Sie ja schon geändert haben. Ja, das heißt, Sie haben Ihren Benutzernamen, den Sie bekommen haben und Ihr neues Passwort. Damit können Sie sich dann dort einloggen. Und im nächsten Schritt werden Sie eine SMS bekommen. Ja, mit einem Aktivierungscode, welchen Sie dann Aktivierungscode sowie PIN eingeben müssen. Die PIN können Sie sich frei vergeben. Ja, also das ist Ihnen überlassen, damit Sie in der späteren Abfolge sollten Sie keinen Fingerabdrucksensor haben, sich immer über die PIN in die App einloggen können und dann den Login freigeben können. Ja, sobald Sie das gemacht haben, ist die Aktivierung schon erfolgreich. Ja, also Sie haben die Zwei-Faktor-Identifizierung hinterlegt und sobald Sie dann in der TWS hingehen würden und sich einloggen oder in der Kontoverwaltung, werden Sie dann die Benachrichtigung bekommen. Ja, Zwei-Faktor-Identifizierung und Ihr Handy wird Ihnen in der Regel eine Push-Nachricht schicken. Also, die wird Ihnen oben angezeigt, kurz draufklicken, mit dem Fingerabdruck bestätigen oder die PIN eingeben und schon sind Sie eingeloggt. Ja, das an der Stelle dazu. Als nächstes würde ich Ihnen tatsächlich schon die Kontoverwaltung zeigen und einmal erklären, wie Sie genau ein, ich nenne es mal Paper-Trading-Konto erstellen können. Ja, das ist ja bei den meisten ziemlich gefragt. Ja, also Paper-Trading-Konto ist ja anders als die Demo. Ja, das heißt, in der Demo der TWS, wo Sie hingehen können, auf Testen Sie die Demo, werden Sie immer fiktive Kurse erhalten. Ja, Sie werden keine Einstellungen speichern können. Ja, und Sie werden immer nur mit verzögerten Kursen arbeiten können, wenn nicht sogar fiktive Kurse. So, in einem Paper-Trading-Konto ist es anders. Dort haben Sie individuell einstellbares Guthaben. Sie können Ihre Marktdaten, die Sie mit Ihrem Live-Konto abonnieren, direkt im Demo nutzen. Ja, das heißt, Sie können quasi mit Ihrem Demo-Login Live-Kurse handeln. Ja, und alle Ihre Einstellungen bleiben auf dem Paper-Trading-Konto in dieser Zeit gespeichert. Also, es gibt dann zwei Logins. Mit dem einen loggen Sie sich ins Live-Konto ein und mit dem anderen loggen Sie sich ins Paper-Trading-Konto ein. Ja, Paper-Trading-Konto wird recht simpel erstellt. Ja, also über die Kontoverwaltung. Oben links sehen Sie diese drei Striche. Wenn Sie da draufklicken würden, würden Sie die Kontoeinstellungen finden, weit unten. und auf dieser Seite, das zeige ich Ihnen gleich noch, werden Sie dann auch das Paper-Trading-Konto finden. Ja, in der Regel dauert das Ganze einen Tag, dann ist das erstellt und Sie können es auch nach Lust und Laune benutzen. So, jetzt sind wir im Testkonto drin und so sieht das Ganze aus. Ja, sobald Sie die Sicherheitsfragen hinterlegt haben, Ihre Angaben geprüft haben, kommen Sie auf diese Seite. Das ist die Startseite der Kontoverwaltung und darüber können Sie dann auch, ich sage mal, direkt hier links über den Deposit-Button beispielsweise schon direkt eine Einzahlungsnotiz erstellen. Und so, ich zeige Ihnen einmal kurz, wie Sie eine Einzahlungsnotiz erstellen können. Das Ganze geht ganz simpel. Wir gehen hier oben über die drei kleinen Striche, nenne ich es mal, gehen unter Transfer und Zahlen und Guthaben übertragen. So, eine neue Seite wird sich laden, dort Einzahlung durchführen. Sie haben dann hier die Möglichkeit, ein Bankkonto zu hinterlegen. Hier kann ein neues Bankkonto hinterlegt werden. Wir können mal Bankdaten speichern machen und als Beispiel hier angeben, die DKB, das ist optional und dem ganzen Kontonamen zu, wir weisen Einzahlenden Betrag, wie viel Sie einzahlen möchten. Ganz wichtig, bei IB ist es so, wenn Sie die Einzahlungsnotiz nicht erstellen sollten, das heißt, Sie überweisen einfach auf die bei uns auf der Website angegebenen Bankinformationen, dann wird sich Ihre Einzahlung sehr wahrscheinlich verzögern. Ihr Geld wird ankommen, da brauchen Sie sich keine Sorgen drüber machen, aber IB macht eine Zuordnung der Einzahlungen über diese Einzahlungsnotizen und wenn Sie keine erstellt haben, dann kann das da, wie gesagt, zu Verzögerungen führen. So, wir klicken auf Weiter, sehen jetzt hier die Bankdetails von IB, also wo Sie tatsächlich die Überweisung hin tätigen müssen. Sie sehen hier die internationale Bankkontonummer, die IBAN, die Sie brauchen und Sie sehen, wohin das Geld gehen muss. Ja, ganz wichtig, Verwendungszweck ist Ihre Ruhkontonummer und Ihr Name und sobald Sie hier unten auf Abschließen drücken, ist das Ganze fertig, die Einzahlungsnotiz ist erstellt und ganz wichtig, das ist jetzt nicht eine Überweisung gewesen. Ja, also das ist jetzt, Sie sind jetzt nicht fertig, können sich zurücklehnen und das Geld wird ankommen. Ja, es ist wirklich nur die Einzahlungsnotiz und die tatsächliche Banküberweisung muss von Ihnen natürlich noch getätigt werden. Das heißt, gehen entsprechend übers Online-Banking oder bei der Bank bei Ihnen um die Ecke. Ich weiß nicht, wie Sie es machen, ganz nach Ihrem Belieben. Das ist nicht ein und dasselbe. Ja, ganz wichtig. So, das war die Banküberweisung, Einzahlungsnotiz, jetzt zeige ich Ihnen noch über die drei Striche Positionen übertragen. Wenn Sie vorher, ja, ich sag mal, bei einem anderen Broker ein Konto hatten und zu uns wechseln zu FX Flat, das heißt jetzt, Sie haben ein Konto bei einem Nicht-Introducing-Broker für Interactive, na, also, wenn Sie schon ein Interactive-Brokers-Konto haben, na, dann ist das nicht der Weg, den Sie jetzt gehen müssen, na, sei es jetzt, Sie haben jetzt ein Konto hier bei Comdirect oder bei der DKB oder dergleichen, dann können Sie Ihre Position über einen allgemeinen FOP-Transfer übertragen. Sie klicken auf Auswählen, müssen dann hier tatsächlich alle Informationen angeben, was Sie für einen Broker aktuell haben, das heißt, sind Sie bei, ich mache jetzt ein Beispiel, so, Trade Republic, dort dann die Kontonummer angeben, Kontobezeichnung angeben, hin und her, ja, das ist ein tatsächlicher Depotübertrag, der stattfinden wird und hier unten geht es dann darüber, die Vermögenswerte hinzuzufügen, die Sie übertragen möchten, na, also, wenn es eine Aktie ist, nach Symbol suchen, ich mache jetzt mal ein Beispiel und sage SAP, so, dann habe ich hier oben die SAP-Aktie an der IBIS gefunden, in der Euro-Währung, könnte die anklicken und sagen, ja, das sind Long-Positionen und davon habe ich 100 Stück und ich sage hinzufügen, ja, dann ist das Ganze auch schon hier drin, hinterlegt, das können Sie mit so vielen Positionen machen, wie Sie es möchten, ja, das heißt, es muss nicht ein kompletter Übertrag sein, Sie können auch nur einzelne Positionen, ähm, ich sage mal, transferieren. Ja, wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf Weiter und dann wird das Ganze gestartet, ja, in der Regel müssen Sie sich da um nichts kümmern, ja, das heißt, Sie, ähm, starten den Depot-Transfer, dann wird auch IB hingehen und, ähm, ihre Position dementsprechend übertragen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie das Paper-Trading-Konto erstellen können, ja, wie ich es angekündigt hatte, dazu gehen wir in die Einstellungen, und in die Kontoeinstellungen, Sie finden ganz rechts in den Kontoeinstellungen unter Konfiguration den Punkt Paper-Trading-Konto, ja, ähm, dort können Sie auf das Zahnrad klicken und Sie werden auf die gleiche, ähm, Anzeige kommen, wie gerade eben auf der Folie, ja, das heißt, Ihnen wird dann folgendes angezeigt, neues Paper-Trading-Konto hinzufügen, da müssen Sie sich einen eigenen Benutzernamen für vergeben, ja, das heißt, ähm, nach den Anforderungen von IB, Sie können jetzt nicht, ähm, einen beliebigen Benutzernamen wählen, dementsprechend ein neues Passwort vergeben, das Passwort einmal bestätigen, und schon ist das Paper-Trading-Konto erstellt, und es dauert in der Regel, ja, einen Tag, ähm, bis das von Interactive dann erstellt wurde. Weiter würde es gehen, mit der Beantragung der Handelsberechtigungen, das finden Sie weiter unten, in den Kontoeinstellungen, ja, ich habe jetzt hier in diesem Testkonto bereits, ähm, fast alles beantragt, Sie könnten jetzt beispielsweise hier, äh, wenn Sie keine Optionsscheine oder dergleichen hätten, auf Handelsberechtigung beantragen klicken, dann würde ein neues Fenster aufgehen, und Sie könnten hier jegliche Sachen hinzufügen, von Produkten, ähm, die Sie beantragen möchten, wenn Sie gar keine Produkte, ähm, ich sage jetzt als Beispiel der Anleihen, ähm, wie bei mir, ähm, beantragt haben, da müssen Sie natürlich Ihre Handelserfahrung angeben, wie viele Transaktionen Sie pro Jahr machen, und Ihren Kenntnisstand, naja, wenn Sie das hinzugefügt haben, und das mit den Prämissen von IB übereinstimmt, dann, so wie es üblich ist, dauert das Ganze einen Tag, und die Handelsberechtigungen sind freigeschaltet, naja, so, jetzt gehen wir über, wie abonniere ich Marktdaten, Live-Marktdaten abonnieren, oben über die drei Striche, ganz nach unten zu den Einstellungen, und in die Benutzereinstellungen, so, jetzt sind Sie in den Benutzereinstellungen, in den Marktdatenabonnements, und können hier über das Zahnrad, konfigurieren, und haben dann hier die Möglichkeit, tatsächlich, alle Marktdaten, die Ihnen bei IB zur Verfügung stehen, einmal zu abonnieren, naja, also es geht da, über die Kurspakete, bis hin tatsächlich, zu den einzelnen Aktien, ja, einzelnen Börsen, die Sie da haben, okay, das Ganze hier oben, wenn Sie sagen, Sie möchten amerikanische Aktien, oder Futures, oder dergleichen abonnieren, naja, dann haben Sie alles in einem Bundle, hier schon zusammengefügt, naja, wie gesagt, lesen Sie sich das durch, was dort drin enthalten ist, und entscheiden dann, naja, das zum Handels, zum Marktdatenabonnements, wichtig, wenn Sie das erste Mal, auf diese Seite gehen sollten, werden Sie erst mal, sehr viele Fragen von IB bekommen, ja, Sie werden gefragt, sind Sie professioneller Kunde, hier, naja, also, es werden sehr viele Abfragen von IB gemacht, ob Sie tatsächlich Privatanleger sind, oder ob Sie ein professioneller Anleger sind, weil sich die Gebühren, in Sachen Marktdaten, zwischen professionellen und Privatanlegern, sehr stark unterscheiden, also bei professionellen Anlegern, sind die Gebühren für Marktdaten, deutlich teurer, als für Privatanleger, die TWS läuft jetzt, in der klassischen Ansicht, ja, das heißt, es gibt ja mehrere Ansichten, die Sie haben, also einstellen können, die bekannteste ist, das klassische Trading, in der TWS, und damit wollen wir uns auch heute, eigentlich beschäftigen, tatsächlich der erste Punkt, den wir auf der Liste haben, ist die Produktsuche, dementsprechend, können Sie sich eine freie Zeile aussuchen, ja, und als Beispiel, ich gebe jetzt was ein, ja, Sie können natürlich Produkte auf unterschiedliche Art und Weisen suchen, Sie können hingehen und sagen, okay, ich möchte die SAP, als Beispiel, ja, dann wird Ihnen jetzt, diese große Liste vorgeschlagen, Sie haben hier die verschiedenen Börsenplätze, wo Sie die SAP handeln möchten, ich wähle jetzt hier an der Stelle die IBIS aus, ja, weil das ist die deutsche, und ich könnte auch jetzt direkt hier die Entscheidung treffen, möchte ich die ganze, möchte ich SAP als Aktie angezeigt bekommen, als Future, möchte ich eine Option, einen Optionsschein, gegebenenfalls als CFD oder ein strukturiertes Produkt, ja, das heißt, Optionsschein oder dergleichen, beziehungsweise Zertifikate handeln, so, ich mache mal hier, zack, so, schon habe ich die drin, ja, und, könnte die nächsten Produkte zufügen, also, das ist relativ simpel gehalten, Sie könnten jetzt natürlich auch hingehen, und wenn Sie jetzt ein spezielles Produkt haben, was Sie sich rausgesucht haben, auf, ich weiß nicht, auf einem Forum oder dergleichen, wo Sie dann eine ISIN haben, wenn Sie die ISIN natürlich auch eingeben, und darüber das Produkt direkt finden, das ist auch kein Problem, was nicht funktioniert, ist eine WKN einzugeben, also eine normale Wertpapierkennnummer, das erkennt die TWS nicht, dann würde ich tatsächlich einmal kurz zeigen, wie man tatsächlich einen Trade ausführt, also, wie man eine Order eingibt, wie man schauen kann, wie viel Kommission würde ich bezahlen, wie wirkt sich das aus mit Margin, dazu mache ich mal auf die gerade eingesetzte, auf das eingesetzte Produkt einen Rechtsklick, und habe jetzt hier schon meine Auswahlmöglichkeiten, ja, ich könnte jetzt hier einen neuen Chart öffnen, der würde sich dann auf dem anderen Monitor jetzt öffnen, das brauchen wir jetzt nicht, darüber hinaus haben Sie hier eine Vielzahl an, ich sag mal, Tools, die die TWS Ihnen bereitstellt, aber darüber soll es gar nicht heute gehen, ja, es sind wirklich die Grundlagen, dementsprechend mache ich jetzt als Beispiel hier oben auf die SAP einmal kaufen, jetzt wird hier meine Kaufenlinie eingezeigt, also kaufen, die Kontonummer, wie viele ich davon tatsächlich kaufen möchte, die Gültigkeit, der Typ, Limit, Markt oder Mittel, wir bleiben bei Limit, der Preis, und das Routing, das sind die Standardeinstellungen, die Sie haben, an der Stelle, Smart Routing, ist eine Eigenschaft von Interactive Brokers, die Ihnen den besten Preis aus verschiedenen Börsen, raussucht, ja, Sie können natürlich auch sagen, okay, ich möchte unbedingt Tradegate ausgeführt werden, ja, können Sie auswählen, und dann werden Sie dementsprechend dort ausgeführt, wenn da gerade der Handel aktiv ist, so, wir sagen mal, wir möchten an diese Position etwas anhängen, ja, ein Stop Loss und ein Take Profit, also gehen wir hin, einen Rechtsklick, hier drauf, anhängen, Bracket Orders, ja, schon hat er die zwei Reihen gemacht, verkaufen und verkaufen, na, also die beiden sind miteinander verbunden, mit der Hauptorder, da können Sie dann Ihren Take Profit, beziehungsweise den Stop Loss einstellen, und das Ganze ist auch dann per OCA Gruppe miteinander verknüpft, na, also wenn eins ausgeführt wird, fliegt das andere raus, das wäre dazu, wenn Sie alles am Anfang machen, es kann natürlich immer vorkommen, dass Sie hingehen und sagen, okay, ähm, ich habe jetzt schon eine Position offen, also Sie haben jetzt hier, machen wir das hier nochmal raus, ich mache mal jetzt beispielsweise hier eine Aktie, kann jetzt hier über einen Rechtsklick noch meine Margin-Auswirkung überprüfen, ja, dann hätte ich hier, wie viel das an Betrag wäre, die Provision als Schätzwert wären 4 Euro, da über Tradegate ausgeführt, und wie viel Margin ich hinterlegen müsste, ja, so, ich sage jetzt mal hier, übermitteln, und übermitteln, so, die Order wurde ausgeführt, und ich kann jetzt, ähm, im Nachhinein hingehen, wenn ich eine drin habe, und sagen, okay, ich möchte verkaufen, und ich möchte nochmal, verkaufen, dann kann ich diese beiden, mit einer OCA-Gruppe miteinander verknüpfen, einen individuellen Wert zuteilen, das geht transfix, die Positionen anpassen, auf 1 und 1, ähm, und dementsprechend sagen, ja, ich möchte die zu dem und den Preis ausgeführt haben, damit ich meinen Stop-Loss und meinen Take-Profit auch im Markt habe, ja, das an der Stelle dazu, so, ähm, falls Sie diese Einstellungen nicht immer machen möchten, mit, ähm, 1 und 1, oder Sie handeln nur 10 und 10, ähm, gibt es dafür eine Voreinstellung, die Sie tätigen können, ganz oben rechts in der TWS gibt es das Zahnrad, da können Sie auf Konfigurieren klicken, dann öffnet sich, das Einstellungsfenster der TWS, hier gibt es den Button Voreinstellungen, der kann geöffnet werden, und man kann hier Aktien auswählen, und hier dementsprechend seine Voreinstellungen treffen, das Ganze zu, das wieder raus, ähm, als nächsten Punkt würde ich tatsächlich sagen, ähm, weil es sehr oft angefragt wurde, wenn Sie schon mal mit der TWS gearbeitet haben, ne, ähm, und Sie haben sehr viele Einstellungen darauf gesetzt, ja, das heißt, ähm, Sie haben Ihre eigenen Watchlists erstellt, Sie haben Ihr eigenes Layout erstellt, Sie eröffnen bei FXFET ein Konto, und die TWS sieht so aus, wenn Sie die eröffnen, na, es ist nichts drin, es ist eine leere TWS, ähm, und Sie möchten gerne Ihre Einstellungen vom letzten Broker, sage ich mal, zu uns übertragen, dann ist das möglich, das ist kein Problem, dann finden Sie hier oben unter Datei, diese zwei Buttons, Einstellungen speichern als, und Einstellungen wiederherstellen, ja, dementsprechend würden Sie hingehen, und in Ihrer alten TWS sagen, okay, Einstellungen speichern als, ja, dann würde hier ein neues Fenster aufgehen, dort könnten Sie diesem Setting File einen bestimmten Namen vergeben, ähm, das Ganze abspeichern, dann sich einmal umloggen, ja, auf die neue TWS bei FXFET, und das Ganze dann wieder über Datei, Einstellungen wiederherstellen, Benutzer definiert, da dementsprechend wieder rausladen, ja, im Endeffekt hätten Sie dann die gleichen Einstellungen wieder geladen, wie Sie beim vorherigen Konto hatten.